Ich möchte Ihnen einen Einblick geben in die Kulturgeschichte des Essens, von der Urzeit bis zur Gentechnologie. Die Tante Joch. Tante, Tante, mit ins Grab kannst du das Rezept ja doch nicht nehmen. Willst du es uns nicht verraten? Willst du uns nicht endlich sagen, warum deine Krautklinge immer so gut sind, Mann? Das wollen wir doch nicht verraten. Wir werden heute kochen. Eins, zwei, drei. Kochen ist die erste Kunsthaltigkeit der Menschen. Kochen ist der Ursprung des Denkens. Was essen die Inder? Joghurt. Ich will das Opfer. Hilfe! Hilfe! Ruhe! Wir werden die Krautflecken frisch und noch dampfend verzehrt. $1,80 Teint. Applaus Vielen Dank.